Hallo meine Lieben und Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute möchte ich zusammen mit euch in die Glossybox für den Monat Mai reinschauen. Die hat mich jetzt auch vor ein paar Tagen erreicht. Die Glossybox erscheint auch monatlich. Es ist eine Abo-Box. Sie kostet ab 12,50 Euro pro Monat und pro Box. Wenn ihr das feste 12-Monats-Abo habt, beziehungsweise wenn ihr ein festes Abo habt bei einem flexiblen Abo, so wie ich es aktuell habe, kostet die Box dann 17,50 Euro. Aber der Wert ist trotzdem immer um einiges höher, von daher macht man da auch immer mehr oder weniger ein Schnäppchen. Diesen Monat ist es wohl ein bisschen anders. Ich habe mich schon ein bisschen spoilern lassen. Es sind wohl einmal mehr Produkte drin und ich glaube sogar, jeder hat das gleiche drin. In der Regel ist es so, fünf Produkte sind hier immer drin, drei davon sind immer gleich und zwei sind in der Regel unterschiedlich. Manchmal ist auch noch ein Goodie dabei, aber diesen Monat ist es wohl ein bisschen was anderes. Aber wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam rein. Hier haben wir den QR-Code, den scanne ich jetzt mal ab, dass ich euch dann gleich ein bisschen mehr dazu sagen kann. So sieht es dann immer aus, wenn sie ankommt. Und ich öffne gerade mal die Schleifchen und die Box und zeige euch schon mal einen ersten Blick in die Box. Komm her. Okay, so viel könnt ihr noch gar nicht sehen, beziehungsweise so viel sehe ich auch noch nicht, weil... So sieht es aus. Genau, und das erste, was mir direkt hier entgegenkommt, ist eine Maske. Und zwar Your Lab Brightening Boom Mask. So sieht sie aus. Ist eine Gesichtsmaske. Ich gucke jetzt parallel einfach mal schnell ins Heftchen, was dazu drin steht, ob die jeder hat. Weiß ich nicht, weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht so große Auswahlprodukte. 7,10 Euro kostet die Maske hier. Ist eine auffällende Boom Mask, sorgt für eine ebenmäßige Haut und eine natürliche strahlende Haut, während sie Hyperpigmentierung wie dunkle Flecken, Hautverfärbung und Akne und Narben reduzieren kann. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jeder in seiner Box drinne hat, weil ich nicht genau weiß, welche Auswahlprodukte es hier gibt oder geben soll. Hier, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal gemeinsam rein. Ja, wie gesagt, Produkt Nummer 1. Dann haben wir hier was drinne. Und zwar, was ist denn das? Original Borutical Doft Active Crystal Extra... Ah, ein Deo. Ist ein Deo. Extra 3. Ja, jetzt für den Sommer perfekt. Ein Deo kann man immer gebrauchen. Habe ich auch immer ein paar auf Lager, weil es gibt erst gar nichts Schlimmeres, wenn es Deo leer ist. Ja, so hat das jeder. Ich schaue mal. Das kostet 4,75 Euro. Genau, dann extra Produkt in Mai in Deutschland. Ah, okay. Also, wenn man in Deutschland ist, hat man das Produkt hier extra dabei. Ja, ist ein Deo. Muss schon immer viel zu erklären. Als nächstes haben wir was von Matmaski. Die Porefaction Primer Blurbing, Mattifying, Nourishing, Unifying, Correcting. Okay, 15ml, also ein Primer. Matmaski habe ich schon das ein oder andere Produkt. Und ja, Primer kann ich auch immer gut gebrauchen. Ich schaue nochmal gerade hier im Häftchen dazu nach. Aber ich glaube, nee, das hat jeder auf jeden Fall drin. Das hat auf jeden Fall einen Wert von 28 Euro. Genau, das habe ich gesehen. Das war nämlich in der Sneak Peek. So, normalerweise fange ich immer mit den Sneak Peek Produkten an. Aber in diesem Monat soll es wohl alles ein bisschen anders sein. Auf jeden Fall, das war ein Sneak Peek Produkt. Hat auch jeder in seiner Box. Das hier hat auch wohl jeder in seiner Box. Long Lessing Formula Intense Pigment. Ein Velvet Lip Liner von C.A.T. London. Genau, sieht so aus. Ich hole den gerade mal raus hier. Übrigens, während ich jetzt hier gucke, gucke ich gerade mal auch, was das Ding für einen Wert hat. 19,95 Euro soll der haben. Und so sieht er aus. Genau. So haben wir nochmal die Spitze. Ja, Lip Liner. Ich bin ehrlich, ich benutze nicht so oft Lip Liner. So gut wie gar nicht eigentlich. Deswegen muss ich mal gucken, was ich damit mache. Was auch noch jeder in seiner Box auf jeden Fall hat. Und Stainiac Hint of Tint Far Cheeks and Lips. Also so ein Lip. Also für die Lippen und für die Wangen so ein Dings hier. So ein Gel wohl. Kostet 8,75 Euro. Genau, 2 in 1 Essential für dein Make-up. Easy auftragen. Vielleicht er deine Lippen und Wangen an sanft. Natürlich wegen dem Schimmer. Sowie eine Hautfarbe, die einfach zu jedem Hautton passt. Ja. Lippen und Cheeks. Das ist, glaube ich, so was. Muss man aufbauen, wenn man es aufträgt. Das ist ja relativ schnell trocknet. Also man muss schnell sein. Wenn man was korrigieren möchte. Ja. Ich lasse hier nochmal zu. Den hat aber wohl auch jeder in seiner Box. Dann habe ich hier noch was von Kiehl's drin. Ultra Facial Advanced Repair Barrier Cream. 5 Milliliter. Ja, Kiehl's ist auch eine super Marke. Ich gucke nochmal gerade im Heft, was hier mit ist. Das weiß ich, wie gesagt, nicht, ob sie da drinne hat. 3,90 Euro der Wert. Genau. Einfach so eine Gesichtscreme von Kiehl's. Geht auch immer. Und ich habe hier sogar noch was drinne. Von CETA viel Optimal Hydration Regenerierende Body Lotion. So eine kleine Body Lotion. Da steht dabei, dein extra Produkt im Mai. Hä? Wie viel haben wir denn hier? 3 Milliliter. Ich wollte gerade sagen. Okay, hat auch einen relativ hohen Wert. Die Originalgrößen. Aber das hier, also was weiß ich. 3, 4 Euro vielleicht kosten. Genau. Ist auf jeden Fall eine Body Lotion. Ja. Wir haben jetzt hier wie viele Produkte drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, ob das so richtig ist? Ich freue mich drauf. Die Box ist auf jeden Fall leer. Ich zeige euch jetzt nochmal gerade im Schnelldurchlauf, was alles drinne war. Also wie gesagt, hier diese Body Lotion im Mini Format. Soll wohl ein extra sein. Dann habe ich noch von Kiehl's. Hier diese Creme fürs Gesicht. Von CETA London. Hier diesen Lip Liner. Dann passend dazu Stainiac. Hier diesen Tinted Lip Balm. Beziehungsweise nicht Tinted Lip Balm, sondern diesen Stainiac für die Lippen, Lip und Cheek. Genau, der war mir drin. Mud Mask. Hier diesen Pore Perfection Primer. Ein Deo, was jetzt auch immer geht. Und zu guter Letzt, Brightening Boom Maske. Ja. Also, das waren jetzt die acht Produkte. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, warum es acht Produkte sind. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr die Glossybox auch im Abo habt. Hattet ihr die gleichen Produkte? Hattet ihr genauso viele Produkte? Hattet ihr vielleicht was anderes? Wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Zudem würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und vor allem, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, ich sage jetzt erstmal Tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.